Noch ist es nur eine Studie, doch nicht wenige Fans warten schon begierig darauf. Toyota präsentiert die Roadster-Studie FT86 Open Concept. Sie basiert auf dem GT86, wobei das Kürzel FT für Future Toyota steht und den Status als Concept Car unterstreichen soll. Beim FT86 Open Concept handelt es sich um einen 2-plus-2-Sitzer mit einem elektrisch betätigten, mehrlagigen Textilverdeck samt beheizbarer Heckscheibe aus Glas. Der Gepäckraum soll auch bei geöffnetem Dach kaum eingeschränkt werden. Karosserie und Innenraum des Flottenflitzers sind in weiß gehalten, das Verdeck in marineblau. In Sachen Antrieb bleibt alles auf dem Stand des GT86. Das bedeutet einen 2-Liter-Boxermotor mit 200 PS Leistung, der wahlweise an ein Schaltgetriebe oder eine Automatik mit 6 Gängen gekoppelt ist. Einige Anzeichen deuten bereits jetzt auf eine spätere Serienproduktion des offenen GT86 hin. So ist schon bei der Konstruktion des geschlossenen Pendants eine Cabrio-Version nicht ausgeschlossen worden. Weshalb keine größeren strukturellen Änderungen an der Karosserie nötig wären. Gut möglich also, dass der reguläre GT86 Roadster schon im Herbst 2013 auf der IAA in Frankfurt steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017